Willkommen zurück zu Earthbound Beginnings. Ich bin hier wieder zu Hause, denn ich habe gelevelt. Ich bin jetzt Level 5 und habe jetzt auch die Fähigkeiten live ab Alpha. Damit kann man HP heilen und Hypnosis. Damit kann die Gegner einschlafen lassen. Und ich würde sagen, dann gehen wir gleich auf den Friedhof, denn Pippi wird ja vermisst. Und gehört, dass ein Mädchen auf den Friedhof entlaufen ist, also muss das ja Pippi sein. Rein logisch gesehen. Warum habe ich gelevelt? Wenn ja, das Spiel kann ziemlich schwer werden. Und da wäre es natürlich praktisch, einen hohen Level zu haben, damit das nicht so schmerzhaft... Ich meine, wollt ihr mich wirklich failen sehen? Ich dachte, da machen wir uns allen einen Gefallen mit, wenn ich level. So, der Friedhof ist ja im Süden, also gehe ich auch dorthin. Hier sind schon... ...gruselige Bäume und... ...Mr. Bad. Mr. Fledermaus. Mr. Bad B. Denkt über die Umstände nach. Mr. Bad ist verwirrt. Ihr seht schon, diese Fledermäuse sind so typische Gegner, die einfach nur da sind, um einen zu nerven. Aber ich denke, wir kriegen das schon hin. Früher der Schitter. Diese Fledermäuse sind ja nicht wirklich starke Gegner. Sie sind, wie gesagt, nur nervig. Sie sind, wie gesagt, nur noch ein kleines Rügel. Aber ein kleines Rügel hat nhau. Ich bladeiere das nicht vor, wie gesagt, nur ein kleines Rügel. Und dann muss sie einfach so ein kleines Rügel. Sie sind, wenn sie von der Schönen Rügel hat. Da geht es вообще nicht. Aber ich denke, wir können dann gerne ein kleines Rügel. Sie sind, wie gesagt, nur noch ein kleines Rügel. Sie sind, wie gesagt, nur noch ein kleines Rügel. Und dann kann man das nicht mehr zeigen. Sie sind, wie gesagt, nur noch ein kleines Rügel ab. Hey, ichYou doch nicht. Ich sage das. Ich lasse nicht mehr Lügel. Ein Gank-Zombie. Vom schwächsten Gegner, der ja auftauchen kann, gleich zum stärksten Gegner. Da hat es sich gleich gelohnt zu leveln. Denn ihr seht, der macht schon gewaltig viel Schaden. Jedenfalls. Und er wurde zu Staub. Ich habe übrigens auch den Kellerschlüssel bei meiner Schwester eingelagert. Denn dort kann man Items einlagern. Und da wir den Kellerschlüssel ja mal wirklich gebraucht haben, ist das ein wichtiges Item. Und das kann man nicht wegschmeißen. Deshalb, ja, da habe ich das einfach eingelagert, denn wir brauchen den nicht mehr. Ich würde gerne die Zombies stoppen, aber sie hören nicht auf mich und wollen auch nicht mit mir reden. Jetzt habe ich zu viel Angst, um diesen Ort zu verlassen. Ein Geist. Aber wenn wir ehrlich sind. Das Ding sah eher aus wie ein Kondom. Ist doch so. Hast du dich jetzt doch entschieden zu kämpfen? Und. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020